Ich hatte vor ein paar Zeit eine Kollegin, und sie kämpfte täglich mit Depressionen. Und ich merkte bei dem Gespräch, dass es ihr gar nicht mehr gut geht. Das Beste, was man in dieser Situation als Freundin machen kann, ist darüber reden und sie ernst nehmen. Sie wurde dann plötzlich mega offen und erzählte mir, dass sie darüber nachdenkt, ihr Leben zu beenden und dass sie keinen Sinn mehr darin sieht. Und sie hat plötzlich mir auch erzählt, dass sie sich freier fühlt, wenn sie spricht. Ich finde es wichtig, dass man Menschen nicht allein lässt, wenn sie in einer Krise sind. Und dass man sie vor allem ernst nimmt. Es ist wichtig, dass man ihnen Mut macht und ihnen auch sagt, dass bessere Zeiten kommen, weil gute und schlechte Zeiten einfach dazu gehören.